Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu async.io in Python. Heute wollen wir nochmal mit Events was machen. Events sind eine weitere Möglichkeit, wie man jetzt tatsächlich, ja, Tasks aufwecken kann und Tasks zum Schlafen legen kann. Das heißt, man kann warten darauf, dass irgendwas passiert ist und eben erst dann Code weiter ausführen. Und das ist super, super nützlich, denn gerade diese Events sind sehr hilfreich. Wenn wir zum Beispiel an das hier oben denken, wir müssen warten, bis diese Producer da sind. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, wirklich asynchron einfach eine gewisse Zeit zu schlafen und dann mal zu gucken, ob das Event da ist. Klar, es macht Sinn, hier dieses Queue.getup zu warten. Das ist alles logisch. Das heißt, ich warte einfach so lange, bis mein Element da ist und dann kann ich weitermachen. Aber manchmal möchte ich auch einfach einen gewissen Event auslösen, sodass irgendein Task aufgeweckt wird. Und das wollen wir heute mal kurz uns angucken. So, das heißt, was wir zuerst brauchen, ist ein Event. Eine Variable, die einfach ein Event ist. Das hat nichts Besonderes zu sein. Das muss nichts tun, außer eben ein Event zu sein. Das machen wir hier mit einfach Event ist gleich async.io.event. So, fertig. Klammern noch drumherum. Dann haben wir ein Event-Objekt erstellt. Das war es schon. So, und jetzt machen wir einen tollen, ähm, naja, einen Task, eben einen Waiter. Ähm, der ist dann eben über async.io mal wieder generiert und zwar createTask. Und jetzt brauchen wir eine Koroutine. Nun ja, diese Koroutine, die schreiben wir uns kurz async.dev.wait for Event. Und die bekommt ein Event mit, ja, damit wir auch wissen, auf was wir eigentlich da gerade warten. So, und jetzt sagen wir hier einmal ganz kurz, warte auf Event, Punkt, Punkt, Punkt. Anschließend sagen wir hier AwaitEvent, also der Event, den wir hier oben als, ähm, als Parameter mitbekommen haben, AwaitEvent.Wait. Und das ist quasi jetzt ein Schlafen, das durch ein Event aufgelöst werden kann. Das heißt, wenn dieser Event da ist, dann wachen wir wieder auf und der Task geht weiter und zwar instant, ja. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie eine gewisse Zeit lang schlafen und dann warten, sondern wirklich, sobald der Event da ist, dieser Wait-for-Event-Task geht weiter. Dann sagen wir hier, hab's bekommen und das ist alles, was wir hier drin machen. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier noch einen Task. Nun ja, der Task ist relativ logisch, Wait-for-Event und der bekommt natürlich unsere Event-Variable mit. Und anschließend sagen wir hier, okay, wir warten eine gewisse Zeit und zwar sagen wir async.io.sleep. Damit wir irgendwie ein bisschen Varianz reinkriegen, random.randint und zwar sagen wir hier zwischen einer und fünf Sekunden, ja. Und dann sagen wir ganz einfach, wenn wir so lange gewartet haben, also da kann irgendwas passieren, völlig egal was, dann sagen wir event.set. Und damit lösen wir den Event aus und sagen hier oben, hey, hier kann's weitergehen, alles gut. Gut, so und dann sagen wir hier unten einfach nur noch, ja gut, dann warten wir mal, bis dieser Task da oben fertig ist, also await auf den Waiter. Das hier. Und schon sind wir eigentlich fertig. Ich habe das hier unten übrigens auch angepasst, damit der Code in einem ist und zwar in der Main 3. Also einfach go und dann sagen wir hier, warte auf Event und dann sagt es hier, hab's bekommen. Und wir sehen, das ging 1,00 Sekunden, also 1,0018. Das heißt, höchstwahrscheinlich war dieser Schlaf hier genau eine Sekunde lang. Jetzt machen wir das Ganze nochmal und dann sehen wir hier, okay, wieder eine Sekunde, verdammt. Jetzt haben wir fünf Sekunden bekommen, das heißt 5,0048 ging das jetzt, ja. Ähm, ich hatte tatsächlich gerade dreimal hintereinander eine Sekunde und dann fünf Sekunden. Das ist weird, aber macht nichts. Ähm, genau so funktionieren im Endeffekt Events und ja, das ist eigentlich auch schon alles dazu. Eine Warnung meinerseits, wenn ihr Events verwendet, dann kann es sein, dass ihr in Deadlocks kommt. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich möchte auf meinen Waiter warten, bevor dieser Waiter sein Event bekommen kann, ja, so diese Reihenfolge quasi. Wir gehen hierher und wir sagen, wir warten auf unseren Waiter, das ist der Waiter. Und der Waiter sagt aber, ich warte auf das Event, was erst hier unten ausgelöst wird. Dann kommt es zu einem Deadlock, weil der hier wartet auf den Waiter und der hier wartet auf diese Zeile Code hier unten, die er niemals bekommen wird, ja. Das heißt, beide Funktionen hier können nicht weitergehen. Und ja, da funktioniert es dann halt nicht. Ich kann das gerne mal ausführen und demonstrieren, warte auf Event und ja, wir werden lange warten. Also, ich schneide das jetzt natürlich ein bisschen zurück, aber sagen wir mal hier, ich warte locker 100 Sekunden oder sowas und es passiert immer noch nichts, obwohl ich maximal 5 Sekunden warten kann. Nicht sehr brickelnd, das nennt sich Deadlock und da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr euren Code schreibt, ja. Das heißt, das kann so nicht funktionieren in dieser Reihenfolge. Ihr müsst es so rum machen, ansonsten wird euer Code einfach quasi wie eine Wild-Through-Schleife sein, nur dass halt nichts mehr vorwärts geht, ja. Der eine wartet auf den anderen und der andere wartet auf den einen. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen mit Events, Achtung, alles andere eigentlich relativ ohne Probleme, würde ich so sagen. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.